Aus einem weiten, wilden Land kommt die Geschichte zweier Menschen, die gegen ihren Willen voneinander getrennt werden. Ich bin wegen Jesse hier. Jim! Verschwinden Sie, Craig. Sie sind hier unerwünscht, Craig. Die Geschichte eines Mannes, der für die Frau, die ihn liebt, durch die Hölle geht. Wir werden nicht auf unser Leben verzichten, nur weil es nicht in die Interessen anderer Leute passt. Craig gehört nicht hierher. Er wird niemals hierher gehören. Du hast über mich, deinen Vater, über alles hast du nachgedacht. Aber was ist mit dir, Jess? Diese Liebe steht mächtigen Interessen im Wege. Sie waren lange weg, Craig. Viel zu lang. Verschwinden Sie. Na los, wir bleiben hier. So entbrennt ein gnadenloser Kampf. Hinter Weltland muss man zeigen, dass Sie dem Fortschritt im Weg stehen. Jessica! Jess, ich werde dich nicht einfach so gehen lassen. Wenn du mich nicht zurückgeholt hättest, wäre das alles nicht passiert. Jessica, Ihre letzte Hoffnung ist ein sagenumwobener wilder Hengst. Geh weg! Ich brauche deine Hilfe. Ich habe was gehört. Was ist? Wollt ihr noch immer nichts unternehmen? Nichts will weg, Männer! Ein packender, atemberaubender Abenteuerfilm. Und eine faszinierende Love Story. Return to Snowy River. Und wenn du nicht verbr hvis. Von Tobias! VonMicke. paus.